Ich bin beim Eli Geller Cup dabei. Am 9. September bin ich beim Fußballturnier von Eli dabei. Wenn ihr beim Eli Geller Cup dabei seid, sprecht mich gerne an Leute, dann können wir Bilder machen, zusammen chillen oder einfach was geiles essen. Aber meistens tut mir Eli leid. Er hat sich einfach sein Kreuzband gerissen und kann nicht mitspielen. Es gibt nichts Schlimmeres, als bei seinem eigenen Event nicht mitmachen zu können, nur weil man verletzt ist.